Wolframs-Eschenbach bis 1917 Obereschenbach ist eine Stadt im Landkreis Ansbach, Mittelfranken und Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Wolframs-Eschenbach. Geografie Die Stadt liegt unweit des Fränkischen Seenlandes an der Burgenstraße, Nachbargemeinden Mitteleschenbach, Merkendorf, Haundorf, Lichtenau, Winsbach, Neuendettelsau, Mur am See. Seit der Gebietsreform in Bayern 1972 gehören offiziell zehn Ortsteile zur Stadt Wolframs-Eschenbach, daneben gibt es noch eine Mühle. Geschichte Um 1212-1220 wurde Obereschenbach von den Wertheimer Grafen als Geschenk an den Deutschen Orden übergeben. Ab diesen Zeitpunkt nimmt der Deutsche Orden eine beträchtliche Rolle in der Geschichte von Eschenbach ein. Er herrschte über 600 Jahre über die Stadt. Eschenbach lag an einer wichtigen Handelsstraße und wurde nach einiger Zeit zum regionalen Handelsplatz sowie zu einem weltlichen und geistlichen Zentrum. Kaiser Ludwig der Bayer verlieh dem Ort am 18. Dezember 1332 das Stadtrecht. Von 1500 bis 1806 gehörte die Stadt zum Fränkischen Reichskreis, denn die Deutschordens Balai Franken wurde in diesen Reichskreis eingegliedert, obwohl die Aufhebung des Deutschen Ordens durch ein Dekret Napoleon sie. Am 19. Juli 1917 wurde die Stadt auf Betreiben von Prelat Johann Baptist kurz durch ein Dekret von König Ludwig III. von Bayern von Obereschenbach in Wolframs-Eschenbach umbenannt. Am 1. Januar 1972 wurde die bis dahin selbstständige Gemeinde Reutern eingegliedert. Am 1. Juli 1972 kam ein Teil der Gemeinde Gerbersdorf hinzu. Biederbach und selben Stadt folgten am 1. Mai 1978, Stadt Wolframs-Eschenbach mit eingemeindeten Ortsteilen, 1939, 1427 Einwohner, 1950, 2114 Einwohner, 1961, 1997 Einwohner, 1970, 2018 Einwohner, 1979, 2019 Einwohner. 2002, 2927 Einwohner, 2002, 2927 Einwohner, 2008, 2870 Einwohner, 2011, 2848 Einwohner, Stadt Wolframs-Eschenbach ohne eingemeindete Ortsteile, 1910, 0966 Einwohner, 1933, 1039 Einwohner, 1939, 0981 Einwohner, 1931 Einwohner, 1861, 1520 Einwohner, 1970, 1531 Einwohner, Religionen. Die katholische Münsterpfarrei Wolframs-Eschenbach gehört zum Dekanatheriden innerhalb des Bistums Eichstätt. Derzeitiger Pfarrer ist Jochen Scherzer. In der Stadt Wolframs-Eschenbach leben 1786 Katholiken mit Hauptwohnsitz. Zur Pfarrei gehören auch 467 katholische Christen in der Nachbarstadt Merkendorf. Für sie finden monatliche Sonntagsgottesdienste in der dortigen Evangelischen Friedhofskapelle Sankt Johannesstadt. Die Wolframs-Eschenbacher Stadtpfarrkirche ist der Himmelfahrt Mariens geweiht. Daneben gibt es im Friedhof die Sankt Sebastianskirche aus dem frühen 16. Jahrhundert. Im Ortsteil Biederbach befindet sich eine Filierkirche mit dem Patronat der Heiligen Familie. Die ca. 500 evangelischen Christen in Wolframs-Eschenbach gehören zur evangelischen Pfarrei im 3 km entfernten Merkendorf. Für Gottesdienste in Wolframs-Eschenbach steht ihnen U.A.R. Die katholische Friedhofskirche Sankt Sebastian zur Verfügung. Eine jüdische oder muslimische Glaubenseinrichtung gibt es nicht. Die nächsten Einrichtungen finden sich in Gunzenhausen, Ansbach oder Weißenburg. In Wolframs-Eschenbach gab es seit 1802 einen jüdischen Gebetssaal, der 1933 aufgegeben worden ist. Einige jüdische Gläubige sind über Erlangen nach Hamburg gebracht worden und emigrierten 1933-1934 in die USA. Einige davon in die Neuengland-Staaten, andere nach Texas und Kalifornien. Politik Nach der Kommunalwahl vom 2. März 2008 setzt sich der Stadtrat wie folgt zusammen. Christlich-Soziale Union in Bayern Unabhängige Bürger Wolframs-Eschenbach Acht Stadträte Freie Wähler Wolframs-Eschenbach Sechs Stadträte Städtepartnerschaften Zöblitz im Erzgebirgskreis Freistaat Sachsen Schlettau Danzenak im Departement Chorize in Frankreich Kultur und Sehenswürdigkeiten Museen Museum Wolfram von Eschenbach Das Museum zeigt Gegenstände aus der Stadtgeschichte wie Feuerwehr, Utensilien, Zunft, Truhen und Zinsbücher Punkt Bauwerke Die mittelalterliche Stadt wird von einer vollständig erhaltenen Befestigungsanlage umgeben mit zwei großen Tortürmen als Zugang zur Stadt. Außerdem gibt es noch den Pulverturm und den Hungerturm an der Südseite Allerdings ohne Tor Liebfrauenmünster Katholische Pfarrkirche und Grablege Wolframs von Eschenbach wurde zwischen 1220 und 1300 vom Deutschen Orden als Hallenkirche erbaut Deutschordenschloss Alte Fugtei Altes Rathaus Altes Rathaus Hohes Haus Fründehaus Haus Archenua Unteres Stadttor Obere Stadttor Sankt Sebastian Liebfrauenmünster und Altes Rathaus Denkmal für Wolfram von Eschenbach Unteres Tor Oberes Tor Statue der Heiligen Weiburger von Ernst Steinacker Texttafel Grobe Karte von Wolframs Eschenbach Schild des Museums Wolfram von Eschenbach 1974 diente Wolframs Eschenbach als Kulisse für den Kinderfilm-Klassiker der Räuber Hotzenplotz mit Gerd Fröbe, Josef Meinrath, Rainer Basedow und Lina Carstens. Im Abspann des Films nannte Regisseur Gustav Femke ausdrücklich auch die Bevölkerung des Ortes als Darsteller, und der Name Eschenbach wird im Film auch erwähnt. Regelmäßige Veranstaltungen jährlich die Verleihung des Kulturpreises des Bezirkes Mittelfranken, Kirchweih am 3, Sonntag im August, Altstadtfest, Sternnessmarkt, Räuber Hotzenplotzfest, Faschingsumzug. Seit 2009 findet auf einer naheliegenden Wiese das Open-Air-Festival Echolot statt, auf welchem am 1. Samstag im September zu elektronischer Musik gefeiert werden kann. Wirtschaft Die Gasthäuser in Wolframs Eschenbach bieten zahlreiche Möglichkeiten die typische fränkische Küche kennenzulernen. Es bestehen jedoch nur ca. 150 bis 200 Betten in Hotels, Pensionen, Ferienhäusern und bei Privatpersonen. Persönlichkeiten Ehrenbürger August Koch Allgemeinatzt wirkte von 1938 bis 1974 in der Stadt. Johann Baptist Kurz, Stiftstekan und pepstlicher Prelat Wolframforscher Josef Margit, Söhne und Töchter der Stadt Wolfram von Eschenbach ist einer der bekanntesten mittelalterlichen Dichter und Minnesänger. Sein wohl bekanntestes Werk ist Pazivil. Anton Weismann, Journalist und Politiker, Landtagsabgeordneter Franz Heidingsfelder, Professor der Kirchen- und Kunstgeschichte sowie Rektor der Philosophisch-Theologischen Hochschule Regensburg. Georg Heidingsfelder, Professor für Philosophie und Pädagogik an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Eichstädt Friedrich Dörr, Liturgiewissenschaftler U.A.R., an der Universität Eichstädt, Liturgiereferent des Bistums Eichstädt. . . Vielen Dank.